Hallöchen Leute herzlich willkommen wieder bei ballerland 2 und wir kämpfen gegen viele assassine haben ja schon bisher 2 gekillt durch zwei oder eine folge und diesmal sind es schon wieder mit das nächste assassin ok ok ja toll danke oh ja ja ben die bei onyx da irgendwo ist seiner ja voll du arschloch wieso hast du mich getroffen ich hoffe dass nahkampf legt mir arsch das wird bitter ein solch mit nahkampf tüten tüten einer kommt noch ein bisschen schütz ist weg aber egal hallo also und sich bei der wand hatte ich hab einmal ja lade ich einfach nach Oh, next mehr. Yeah. Okay. Yeah, is there? They are already over there. Yeah. 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 Yeah, yeah. Night, night, night. No, come. Where is the assassin? No. No. Mal sehen. So, wo ist der? Jawohl, habe ich geschafft. Oh, come on. Oh, come on. So. Das haben wir erledigt mit den einen. Und wie sehr und nicht nächste Folge. Wir machen weiter. Das war einfach. Ein bisschen einfach. Oh. Mit Shotgun. Och du Scheiße. Mit Shotgun. Aber das ist ziemlich leicht oder schwer. Mal sehen. Nein. Yay. So. So. Nix. Ah. Und jetzt. Da. Machen wir das. Und was haben wir noch? Ne, den nicht. Oh, haben wir einer. Und. Feuerrad. Nahkampfschaden. Rückschaden. Drickshooter. Okay. Elementschaden. Nicht gleich. Elementschaden. Effekte. Nehme ich das. Okay. Was ich wollte eigentlich. Also ja, jetzt weiß ich wahrscheinlich. Ja, aber. Ah ja. Jetzt. Jetzt. Jetzt habe ich. Äh. Was? Siebzehn Schussschaden haben wir bekommen. Arme. Und. Genauigkeit. Waffen. Genauigkeit. So. Nicht richtig geworden. Nicht gut. Team. Gesundheit. Okay. Team. Okay. Okay. Das ist für Assasiner. Und der steht immer für wem. Das ist. Nur das ist für uns. Das brauche ich nicht. Und. 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 Nächster. Fuck. Fuck. Es wurde erklären. So. mussten wir nachher schnell ja und ich brenne ich brenne ich brenne ich brenne so hat danke für leben tschüss oh fuck So. Scheiße. Ich sehe dich. Wo bist du? Da. Jawoll. Achja, da ihr Schwachköpfe anscheinend nie zuhören, sage ich es nochmal. Hör auf, falsches Gangi. Und ja, so kann es nur sechs Jahre lang gleichzeitig geben und ich weiß nur was von drei. Ich kaufe euch nicht ab, dass ihr eine der restlichen drei Raum zufällig gefunden habt, nur weil ihr die Leichen irgendwelcher Bräute mit blauen Tattoos verunschaltet. Ich gebe zu, die ersten Dutzend Male, die ihr Spatzenhirne das versucht habt, war es noch halbwegs lustig. Aber jetzt stinkt mein Büro nach Blut und Filzstiften, also hört auf damit. Okay. Das ist voll lecker. Blut und voll. So. Jetzt. Aha. Okay. Geil. Machen wir das. Immer bei Nachladen bekomme ich ein Leben. Seht ihr? Aber ich habe voll Leben, dann bedeutet gar nichts für mich. So. Ich glaube, wir haben schon allererster Sinn, die wir besiegt. Egal, gehen wir weiter. Zack, zack. Ach du Scheiße. Die ist besser. Was? Ich bin voll. Hä? Toll. Ich bin voll. Ich bin voll. Okay. 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 Jetzt. Ich bin sicher, dass wir...